Oh, ganz schön windig hier oben. Hier auf dem Glockenturm war ich auch tatsächlich mein ganzes Leben lang noch nie. Aber jetzt erkennt ihr auch, warum das Ding Waldbühne heißt. Viel Wald und dann die Bühne. Wie so ein Amphitheater geht es da runter. Schon die größte Nummer, die ich meinem ganzen Leben jemals gemacht habe. Ganz schön imposant, oder? Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in der Waldbühne. Wir sind alles schon hinter den Kulissen wahnsinnig aufgeregt und wir genießen die tolle Atmosphäre, die von den Rängen hier rüberkommt. Wir grüßen mit einem frenetischen Applaus. Basta! Wir kennen uns von seit geraumer Zeit, verbrachten manche Stunde wohl zu zweit. Doch nie geschah's bis auf letzte Nacht. Nun sind wir Seite an Seite aufgewacht. Das war spitze! Hammer! Sehr. Aber wir machen gleich nochmal. Ja, dann sagen wir Eckert, er soll einfach da mal und... Was immer hilft, die Aufregung abzuschütteln. Hallo Berlin! Wie heißen Sie? Jens. Jens. Wurden Sie schon mal am Bauch operiert? Nein. Nee, super. Weil, ich würde es Ihnen jetzt mal anbieten. Sie werden davon nichts spüren. Sie werden in Trance gesungen von unseren Kollegen von Basta. Jens, versuchen Sie es auch ein bisschen zu genießen. Ich versuche es mit Ihnen. Wenn Sie kein Blut sehen können, gucken Sie nicht hin. So einfach. So. So. Und dann kann man hier ganz gut mit dem Finger mal... Ach, sehen Sie, desinfizieren. Ich wusste, irgendwas habe ich vergessen. Ich habe es auch länger nicht gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich nehme jetzt mal die Pinzette, dann ist das ein bisschen weniger blutig. So. Sie müssen auch bereit sein, innerlich loszulassen. Sie müssen... Sie müssen auch sagen, ja... Ja, ich bin bereit, diesen Teil von mir gehen zu lassen. So, ist noch warm. Ist noch warm. Was raus ist, kann sich nicht mehr entzünden. Ich habe da aber noch was Hartes gespürt. Darf ich noch einmal? Ein bisschen einmal mit der ganzen Hand? Ja. Ja. Haben Sie als Kind mal Verdauungsprobleme gehabt? Ich habe... Ich habe da... Ja, jetzt ist es schon ein bisschen verwachsen. Augenblick. Es kommt, es kommt, es kommt, es kommt, es kommt. Ja, weiter atmen, weiter atmen. Die muss da gehangen haben, Aldia. Die haben Sie gesucht. Sehen Sie? Ich wusste es. Ich kann Ihnen heute einen großen Gefallen tun. Geht das mit dem Kreislauf? Sabrina, nehmen Sie ihn wieder und herzen Sie ihn. Sie waren super. Dankeschön. Was ist das hier für ein Karton? Ist das eine Bestellung im Universum gewesen oder was? Na, viel kann nicht drin sein, oder? Hallo, everybody! Hallo! Darf ich Ihnen helfen? Ich darf Ihnen vorstellen, mein Überraschungsgast, Gail Tufts! Hallo, Berlin! Hallo! Ich darf Ihnen! For sure, that's what friends are for. Ich möchte ein Bild in mein Herz einbrennen, was ich von hier und ihr dürft es auch alle sehen. Wenn jeder mal das Feuerzeug über seinen Kopf fällt. Jetzt möchte ich noch die Geburtstagstorte auspusten. Und dann gibt es das letzte kleine Überraschungsmoment, hoffentlich. Haben wir das? Das möchte ich gerne festhalten. Drei, zwei, eins. Dankeschön, kommen Sie gut nach Hause. Tschüss. Beinbühne, 30.8. Wir haben alle Kameraden. Auf Eckert, auf die Fans. Auf euch alle. Ekkü! 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 Ekkü!